Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Es geht wieder weiter mit Medieval Dynasty. Sorry, es hat etwas gedauert. Ich habe ein paar Sachen vorgeschoben. Ja, wir starten genau rein oder direkt wieder rein. Und zwar, wir geben die Quest von Alvin ab. Ihr wisst ja noch, in der letzten Folge musste ich mich leicht mit den Banditen rumschlagen. Und ich habe irgendwas im Hals. So, gut. Ja, muss ich mich mit den Banditen rumschlagen. Ich habe im Dorf noch kurz umgebaut. Ich dachte, das nehme ich jetzt nicht in die Folge rein. Ich habe die Werkstatt weggemacht und eine Holzförderhütte gebaut. Da ist jetzt er drin beschäftigt. Ich weiß nicht, ob die zwei bleiben oder ob die zwei ausziehen werden. Wenn ja, wir suchen neue... Es ist wie mit Pfannkuchen. Die ersten werden halt nichts. Und jetzt gehen wir mal Alvins Quest ab. Ich bin zurück und bringe gute Neuigkeiten. Aufgaben erledigt. Hier. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Ich habe ein paar Zwiebelsamen übrig. Hier, vielleicht hast du Verwendung dafür. Lass mich nachdenken. Die Näherin hat kein Leder mehr, um dein Trinkloch zu reparieren. Also müsste ich dafür ein paar wilde Tiere jagen gehen. Wein, Klacks. Meine Bitte hat dir hoffentlich nicht zu viele Umstände bereitet. Meine Mutter hatte ein gutes Gespür für Bogen und Speer. Sie hat mich schon, als ich klein war, oft auf die Jagd mitgenommen. Also kannst du Werkzeuge herstellen und jagen. Du bist wirklich erstaunlich. Okay. Vergiss nicht, dass du am Ende dein Glück selbst in der Hand hast. Ich beneide dich. Mein Vater hat mir nur beigebracht, auf den Feldern zu arbeiten. Es wird Zeit für mich. Bis zum nächsten Mal. Ja, das macht Sinn. So. Wir haben... Warte auf den nächsten Tag. Erledige ein paar Aufgaben für den Nachbarn. Warum zählt das nicht rein? Ach, na gut, okay. Ja, wie gesagt, also, ähm... Ich bin gespannt, äh, wie gut... Oder wie lange die noch da sind. Wie gesagt, er arbeitet jetzt erstmal... In der... Als Holzfüller. Ui, seid ihr laut. Kann ich dir helfen? Behrter Herr, kannst du mir bei einer Besorgung behilflich sein? Worum geht das? Ich habe versprochen, ein paar Hosen für die Leute hier... Sorry. Hier zu nähen, aber mir ist das Material ausgegangen. Ich werde dich natürlich entlohnen. Sicher, warum nicht? Ich habe etwas freie Zeit. Ja, guck ich mal hin. Äh, Tagebuch. Alte Lumpen. Leder. Ja, perfekt. Wir haben 10. Nee, warte mal. See you soon. Ah, falsch. Okay, wir haben 5 und sie braucht 10. Sehe ich das richtig? 10 Leder. Ja, wir haben 5. Ja, okay. Passt. So, warte. Okay, alles. Leder, das heißt, wir brauchen Wildschweine. Ich kann auch kurz Leder kaufen oder klauen. Ich weiß es nicht. Apropos, wenn ihr auch mit Medieval Dynasty anfangen wollt, zwei Sachen in Eigenregie. Wie, erstens, ich habe ein Video gemacht mit meinen, äh, 6 Lieblingsanfangspots. Ich werde es euch verlinken. Könnt ihr gerne reinschauen. Und natürlich, wenn ihr einen Kanal kostenlos unterstützen wollt und ihr habt einen Epic-Account, könnt ihr das auch sehr gerne über Epic kaufen. Trader-Code ist auch unten in der Beschreibung. So, genug Werbung erstmal. Wir brauchen Leder. Wer von euch verkauft Leder? Du bestimmt nicht. Leder, 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 Leder. Zeig mir die Ware. Hast du Leder? Nee, weil er ist der Bauer. Das war wieder klar. Aber du hast eine Aufgabe. Hör zu, ich brauche einige Handwerksmaterialien. Würdest du sie mir besorgen? Klar. Gib mir deine Liste. Gucken wir doch gleich mal. Handwerker. Sechsmal Stein. Nein, wir haben zwei. Okay, dann gehen wir mal Steine sammeln. Würde ich sagen. Erstmal. Deswegen Leder. Hm. Müssen wir nochmal gucken. Ich sag auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank fürs, äh, Reinschauen, Liken, Kommentieren und anschauen. Der letzten Video ist allgemein, egal ob LS-Wahlheim, äh, mal wieder angezockt. Da kommt demnächst auch noch Sane. Ich hab da noch so ein paar, äh, Spiele im Petto, wo wir bei angezockt reinschauen werden. Wenn auch ihr mal Ideen habt für, ähm, das angezockt, oder let's take a look, wie ihr es gerne haben wolltet, ähm, schreibt es gern einfach mal in die Kommentare. So, ich glaub, wir haben jetzt erstmal genug Steine. Wir brauchen ja allgemein, und wenn's hier grad Steine hat, nehm ich die liebend gern natürlich mit. Weil dann haben wir auf jeden Fall, ähm, die Quest erledigt. Äh, dann kriegen wir auch, können wir mehr Häuser bauen, weil ich musste ja auch die Werkstatt abreißen, weil wir ja, ähm, Gebäude-Cab waren. Errichte Gebäude, Jagdhütte. Jage Wildschweine, Fuchs, okay. Sprich mit Sabor. Nee, grad nicht. Äh, wir werden die Main-Quest jetzt so ein bisschen erstmal hinten anstellen. Ich würd ganz gern, ehrlich gesagt, ähm, erstmal unsere Siedlung wieder ein bisschen vorantreiben. Mit den Quests arbeiten, also mit den ganzen Dynastie-Quests arbeiten. Und, ja, schreibt doch gern in die Kommentare, was fändet ihr interessanter. Wenn wir erstmal so ein bisschen, wenn wir erstmal nur die Main-Story verfolgen würden. Oder tatsächlich auf den Aufbau-Teil gehen würden. Ähm, ja. Hallo Schweinchen. Und uns um unser Dorf kümmern würden. So, die erste Sauhammer. Perfekt. Kriegen wir auch gleich wieder Leder. Sehr gut. Müsst da hinten auch noch. Na, wenn's da eh schon Stein hat, ne. Nehmen wir den auch gleich mit. Stock. Speer. Okay, der andere Speer ist weg. Das ist natürlich nicht so toll. Aber passiert. Ähm. Ja, ob wir eher mehr auf den... Uns erstmal auf die Dynastie-Sachen beschränken sollen. Und, ähm... Bleib da. Unser Dorf aufbauen sollen. Gucken, dass wir wachsen. Ähm. Nach einer Familie. Oder ob wir erstmal ein bisschen uns mit der Main-Quest beschäftigen sollen. Wie gesagt, schreibt's gern in die Kommentare. Würde mich brennend interessieren. Wir brauchen noch einen Wildschwein, aber wir sind auch fast tot. Und da ich nach dem letzten Mal ja ziemlich auf die Nase gekriegt hab, sind wir halt auch ziemlich weit unten. Und ich hab nämlich auch, glaub ich, keinen Heiltrank mehr. So, er ist schön am Arbeiten. Find ich gut. Und, ähm... Wir haben ja auch noch unser Materiallager, das gebaut werden muss, ne. Ah, ich denk mal, das werd ich dann, äh, auch... Ähm... Neben der Aufnahme machen oder nach der Aufnahme. Einmal kurz ins Invent. Ah, Fertigkeit. Äh, Diplomatie-Kenntnisse. 5% mehr Erfahrungsgewinn bei diplomatischen Aktivitäten. 20% mit Reputationspunkte für deinen Dynastieerhalt. Das wär natürlich auch gut. Omeo. 10% mehr Zuneigungspunkte bei Unterhaltung. Ich glaub, wir machen das mal. Ne, wir machen erstmal Diplomatie-Kenntnisse. Finde ich sinnvoller. Ausnüchterungstrank. Gibt Alkohol eigentlich Nahrung? Vergiftung? Tasche aus Hohen... Gift... Spricht irgendwas, was Leben geben würde. Lederhammer 11. Das können wir auch dann direkt abgeben. Perfekt. Ich hab echt nix, was Leben gibt. Gänseblümchen könnte ich ganz viel essen. Ah, und... Und natürlich Löwenzahn. Äh, hier Gesundheit. Essen. Kann ich einfach mal ein bisschen reinpfeifen, ne? Vergiftet sind wir nicht mehr. Löwenzahn noch. Hier rein und schon sind wir bei 87,5. Irgendwas reicht erstmal. Äh... Verwaltung. Wie sieht's denn da jetzt aus? Euch fehlt immer noch... Ne? Ist ja okay. Und du bist gerade in was dran? Vollstimmen. Wie werden die Idee... Wenn wir so sagen würden... Ähm... 32. So stimmt, wir brauchen ja... Ein Holzton. Wir machen das mal anders. Da nur 20%. Wenn Holz auf 40. Auch auf 40. Jo, perfekt. Gut. Gut. Dann brauchen wir jetzt noch ein Wildschwein. Dann haben wir gleich zwei Quests auf einmal erledigt. Und ich hole gleich schon mal Vorsitzelber hier... Die Borse-Axt raus. Weil hier hat's ja eh Wildschweine ohne Ende. Ich finde, wir haben eigentlich eine sehr gute... Also einen sehr guten Spot... Für unser Dorf. Allein schon, weil wir nach oben hin ja... Platz für Landwirtschaft ohne Ende haben. Auf das wird's nicht auch rauslaufen. Aber dann müssen wir halt auch... Das auch demnächst angehen. Wie gesagt, ähm... Ich hab ja die Laufzeit verändert. Ein Hirsch... Bringt mir nix. Hast du Glück gehabt? Und... Und... Ja, jetzt mal gucken. Ja, auch hier, falls ihr verwirrt seid, warum mit Cam? Ich hab diesen wunderschönen Cam-Rahmen und... In allen Let's Plays ist jetzt einfach die Cam an. Und deswegen wird in der ersten Folge immer gefragt... Das tritt mir grad auch erst ein. Ähm... Mit Cam, ohne Cam? Schreibt's in die Kommentare. Dementsprechend werde ich das machen. Gut. Wo ist jetzt noch ne Wildsau? Brauch nur ein Schweinchen. Einfach nur eins. Ja. Wo haben wir denn eine? Achso, ja warte. Ich könnte ja mal auch noch... Nach diesem wundervollen Tipp... Ja, genau. Hier sind Schweine. Schweine, Schweine, Schweine. Okay. Ich würde hier bestimmt auch irgendwo eine rumrennen. Das spieft mich lauter mal. Ich hör eine. Hallo, Schweinchen. Bleib da. Wie gesagt, bleib da. Ha. Perfekt. Brauchen wir als nächstes nur noch die Jagdhütte. Sehr schön. Essen haben sie auch wieder keins. Die können sich auch um nichts selber kümmern. Es ist schlimm, ne? So. Dann geben wir die Quest jetzt ab. Und dann werden wir in dem Fall wohl... Äh... Doch. Doch bauen. Und zwar die Jagdhütte. Beziehungsweise... Beziehungsweise... Eigentlich müssten wir, wenn ich richtig dran bin... Erstes Materiallager bauen. Weil... Wenn ich da dann Essen und so weiter reinmache... ...holen die sich doch, glaube ich, da das Essen raus. Bin ich da noch richtig dran? Wieso wackeln die Büsche? Also... Farbliches wackeln eher. Gut, wir werden gleich erstmal wieder ordentlich kochen... ...und die dann damit voll versorgen. Schnell was... Äh... Hast du was ich brauche? Ich habe es eilig. Entspann dich... Äh... Entspann dich. Ich habe alles hier, was ich versprochen habe. So, wir haben einen Strohhut gekriegt. Mit dem wir prinzipiell null anfangen können. Willkommen. Es war schön, dich zu sehen. Wir haben nur leere Weinflaschen. Ach so. Ach so. Störketrank. Bei... Ähm... Mit Flasche. Ah, der vergiftet mich hier dann. Trinken wir uns halt erstmal mit an. Und... Kalkstein. Die Trophäe könnte man natürlich auflegen. Also, dann gehen wir uns kurz... Ähm... Kochen. Damit unsere Bewohner auch wieder was zum Essen haben. Und... Dann... Müsste der Tag fast rum sein. Dann würde ich sagen, am nächsten Tag fangen wir dann an mit Hütte bauen, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Eine gute Idee vor allen Dingen. Ach je. Äh... Zur Info für euch. Bei mir sind alle Videos... Für Clips freigegeben. Also, wenn ihr irgendwas brutal witzig findet, was... Ja, mal vorkommen kann. Äh... Können auch gern Clips machen. Ich bin... Mich würde es allein schon brennend interessieren, wie es auf YouTube ist. Weil von Twitch her kenne ich es ja. Mit den Clips. Ah, wie das hier so abläuft. Wie es dann funktioniert. Krieg... Ob ich die dann kriege, oder... Wie das Ganze... Allgemein abläuft. Äh... Ich glaube, bevor er jetzt hier noch irgendwas auf die Kette kriegt, mache ich kurz Brennholz. So. Dann haben die nämlich Brennholz. Und dann ist hier auch wieder Ruhe. So. Brennholz. Weil ich würde nicht auch schwer sagen, ähm... Ach komm, ihr kriegt einfach alles. Ich würde auch tatsächlich sie vom Brunnen wegtun. Dann in die Jagdhütte stellen. Und dann... Denke ich mal, müsste es eigentlich ganz gut passen. Wir werden erstmal das Feuer entzünden. Und ordentlich was kochen. So. Fleisch. 62 Stück. Ich mache natürlich nur eins. Ja. Äh... Mehrere. Ich hätte gern... Nein, nicht alle. Wir machen mal 15. Ich muss ja sagen, da finde ich es ein bisschen schade, dass du die Kamera nicht irgendwie ändern kannst. Aber es ist halt, wie es ist, ne? So. Ah, jetzt. Jetzt darf ich doch drehen. Es... Vor allem, wir leveln halt dadurch. Das ist schon mal mehr als so vorteilhaft. Und wenn wir das haben, können wir das Ding gleich mal verabreichen. Oder halt in ihre Kiste packen und dann sind die auch erstmal ein paar Tage versorgt, würde ich tatsächlich sagen. So. So. Sind wir fertig? Könnt ihr auch mal die Schaufel wegpacken. Gut. Dann... Essen, meine Damen und Herren. Nicht, dass ihr mir noch verhungert, ne. So. Ihr kriegt erstmal das. Erst den Rest. Apropos Essen. Wir haben eh Hunger. Ich krieg's heute noch hin. I wie Inventar. Äh, gebratenes Fleisch. So. Einmal vollfuttern. Und dann will ich mal sagen, raus mit der Bronze. Ah, er ist noch am Arbeiten. Okay. Hier wird's bald schon besser gehen. Dann muss ich gucken, wo wir die Jagdhütte hinbauen auf jeden Fall. Das sollte man vielleicht erstmal machen, ne. Jagdhütte. Äh, Gebäude. Produktion. Nein. Gewinnung. Unnen. Nein. Ui. Jagd. Da hätte ich auch drauf kommen können, wa? Na? Doch, da ist ganz cool. Wir brauchen auf jeden Fall mal Stein. Das haben wir schon mal. Deswegen hab ich vorher gesagt, wir sammeln schon mal Stein. So. Wir brauchen hierfür Holzstämme. Ich weiß, ich hab hier unten angefangen. Das ist natürlich schlau, direkt daneben das Holz zu hacken. Ich glaub, in der letzten Baufolge hast du tatsächlich auch gesagt, ich find's gut, dass du hier nicht Schaden nimmst, wenn du, äh, einen Baum auf den Kopf kriegst, weil in Valheim kann das ja echt tödlich enden. Neues Level in Gewinnung. Neues Level in Gewinnung, perfekt. Ja, schön. Kann man mal so lassen. Hauen wir den auch gleich noch um. Vielleicht fällt dann alles voll um. Ne. Okay. Auch nicht. Ja, Mensch. Find's auch cool, dass du eigentlich immer Federn auch noch aus den Bäumen rauskriegst. So zwangsläufig, wie wenn du irgendein Nest zerstören würdest, was ich wiederum nicht gut heiße. Ob mir hier noch jemand irgendwas unterstellen will, ne. So. Ich denk mal, das müsste genug Holz sein dafür. 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, jetzt sind sie nur noch schlecht gelaunt. Damit kann ich leben. Kriegen wir auch noch hin. Und wenn ich richtig dran bin, brauchen wir, glaube ich, dann nur ein Steinmesser für die Jagdhütte. Stöcke brauchen wir auf jeden Fall. Okay. Aber wenn ich richtig dran bin, wir können ja auch nur die Wände und so verändern. Wenn wir normale Häuser bauen. Also nicht bei keiner Jagdhütte. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich will alles nur als Dings haben, ne. Äh, wie heißt das dann? Also nur alles aus Stein. Das geht, glaube ich, nicht. Ich bin überlegen, ob ich noch so, äh, noch ein paar so, äh, Tipps und Tricks für Medieval Dynasty als Videos machen soll. Äh, wenn ihr da drauf Bock habt oder auch Interesse drin habt allgemein, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, äh, auch beim anderen Video natürlich vor allem Ding. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Also, ich hätte damit kein Problem auf jeden Fall. Also ich hätte auch noch ein paar Ideen für Videos wie, äh, wie kann ich schnell Geld machen, ohne zu cheaten oder so was. Oder wie ich schnell an Geld rankomme, auch ohne zu cheaten. So, jetzt noch die Decke. Das wird natürlich jetzt wieder ganz toll, weil ich glaube, uns geht. Das war jetzt noch aus. Können wir eigentlich gleich nochmal einen Baum umhauen. Beziehungsweise, nee. Äh, brauchen wir ja nicht. Das reicht, ja. Dann würde ich sagen, war das nicht auch ein sehr produktiver Tag. Stücke haben auf jeden Fall genug, das ist schon mal gut. Und, äh, dann gucke ich mal. Also, wir machen auf jeden Fall, ähm, die Jagdhütte jetzt fertig. Aber, ich denke mal, zu Alvin gehen wir dann erst in der nächsten Folge wieder. Und, äh, ja. Ach, natürlich. Komm. Jetzt ganz zum Schluss geht natürlich noch da. Der Hammer kaputt. Und wir gehen nochmal einen Baumstamm ausbuddeln. So. Hoppa. Danke. Mensch. Klar. Wow, unfertig. Äh. Das Leben ist ein Bauernhof. Holzhacke herstellen und einfaches Säckchen. Perfekt. So. Verwalten. Wir brauchen hier ein Messer. Okay. Genauso wie du nun, junge Frau. Ähm, du wirst hier, äh, entlasten. So. Perfekt. Du gehst nämlich in die Jagdhütte. So. Ich weiß zwar nicht, ob du das kannst, aber. Ähm. Wir legen Wert auf. Brauchen wir dafür mal? Okay. Wir machen. Ah, schön. Ich kann da drauf bleiben. Äh. 40% Fleisch. Obwohl, nee. Eich sollten wir es genau andersrum machen. Ähm. Geht das eher gern so. Dann machen wir nämlich 15. Und hier auch 15. Dann sind wir bei 100%. Perfekt. Sehr gut. Wir haben noch einen Fertigkeitspunkt. Wie. Zwei sogar. Krass. Langsame Haltbarkeit von Spitzhaken und Schaufeln. Äh. Langsame Haltbarkeit. Verlust. Meister zur Zerstörung. Du erhältst beim Zerstören von Gebäuden. 50%. Das ist gut. Das weiß man nie, ob man es mal brauchen kann. Langsame Haltbarkeit. Verlust von Äxten. Das ist natürlich sehr gut. Und das mein noch. Grabungsmeister. Gut. Dann hat sie jetzt einen Job. Er hat einen Job. Sie sind nur noch schlecht drauf. Vielleicht kriegen wir das noch geregelt. Den Brunnen würde ich jetzt erstmal stehen lassen. Tatsächlich. Aber. Dann würde ich mal sagen. Oh. Wir haben noch mal was gefangen. Perfekt. Sehr schön. Dann stelle ich gleich nochmal eine Hasenfalle auf. Ich werde jetzt noch ein bisschen. In die Dunkelheit hineinarbeiten. Das Lager und so weiter bauen. Und dann würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat. Lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Äh. Abonnieren nicht vergessen. Glocke aktivieren. Und kommentieren. Wäre wundervoll. Und in diesem Sinne sage ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Euer Vicky sagt. Ciao.